ein herzliches hallöchen und willkommen zurück zur forza horizon 2 storm island das dlc und zu der us-streetmarskos championship veranstaltung in tier 5 die wir dann auch gleich starten werden wir haben jetzt einmal den chevalier und manche wo die noch mal und ein old mobile so na schön die us-street-muscle-meisterschaft da sind ein paar echte klassiker dabei du musst allerdings sauber fahren die jungs drehen durch wenn du ihre schlitten zerdelst such dir ein rennen aus um mit der meisterschaft zu beginnen okay so dann schauen wir mal so 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 Das war's für heute. 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 So, dann... Haben wir hier das drin? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann... Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann... Das war's für heute. 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 just frequency... ...langsbrechen. Das war's für heute. Wirisa unabhängen, Das geht vorhin, nur und oder und 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 aus. Now doesense... Wir haben ihr Ziel erreicht. So. Dann haben wir in der nächsten Folge die Countland Cliffside-Climp-Veranstaltung. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Wenn wir nämlich diese Veranstaltung abschließen, dann schalten wir automatisch Tier 4 frei und können dann hier anfangen, die Veranstaltung zu machen. Und so gehen wir dann halt Tier für Tier durch. Und ja, ich bedanke mich fürs Reinschalten, fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.